Also die ursprüngliche Idee war, am Sonntagnachmittag mal kurz Fische schauen im Langwiedersee. Kann ja nicht so schwer sein, schließlich weiß ich ja, wo die Biester stehen. Doch dann kam alles ganz anders. Fällt euch was auf, kein Fisch. Und auch auf dem Rückweg kein Fisch. Und genau so würden Fische aussehen, wenn sie bloß da wären. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.